Ja Leute, es ist wieder soweit. Lichtschwert-Unboxing. Um die drei Fragen zu klären, die ich in letzter Zeit aber vorab gestellt bekomme. Nummer 1, ja ich bin auf der Gamescom, es ist glaube ich Halle 8 bei SK Gaming. Da bin ich die ganze Woche auch wieder immer auf der Bühne. Da gibt es auch ein großes Star Wars-Treffen, wird wahrscheinlich am Wochenende sein. Also um auf jeden Fall mal vorbeikommen, wenn ihr auf der Gamescom seid. Nummer 2, ich bin natürlich auch auf der IFA, auf der internationalen Funk- oder Funk-Ausstellung. Die ist am Anfang September in Berlin und auch da bin ich natürlich da. Da könnt ihr bei EXPAT vorbeischauen, dort stehe ich auch auf der Bühne. Und Nummer 3, ihr wollt Scotty sehen. Hier habt ihr Scotty. Mann bist du schwergroßer. Unboxing. Jetzt bin ich aber mal komplett voller Haare. Ach hi, hello there, liebe Freunde. Willkommen zu einem neuen Lichtschwert-Unboxing hier auf Star Wars Buddy. Heute wollen wir mal ein ganz spezielles Thema aufgreifen, denn A, wollen wir mal schauen, was sich so die letzten 3,5 Jahre, seitdem ich das erste Lichtschwert hier auf dem Kanal aufgemacht habe, so verändert hat in der Technik. Und B, wir wollen das nicht anhand eines super teuren, exklusiven Schwertes machen, weil, seien wir ehrlich, das ist natürlich meistens das, was ich mal aufmache. Und viele Kommentare habe ich dann so, ja, ich gucke mir das Ganze im Shop an, sehe dann 300 Euro plus, gibt es da nicht was günstigeres? Und die müssen sich dann erstmal durchklicken. Also habe ich mir heute ein absolutes Basic-Schwert geholt. Und das ist dieses wunderbare Ding hier. Guck mal hier, zweite Kamera. Become a Universe Hero. Das ist eine Verpackung, ja. Also, wenn ihr schon immer davon geträumt habt, ein Universe Hero zu werden, oder ihr euch schlichtweg für Lichtschwerter und all dem, was es dazu zu wissen gibt, dann ist dieses Video hier für euch. Aber wollen wir mal ganz von vorne anfangen. Ende 2020, als dieser Kanal hier an den Start ging, habe ich tatsächlich das erste Mal ein Lichtschwert hier aufgemacht, nämlich die Mace Windu-Replika von Ultra Sabers, beziehungsweise der Nachbau dieser Replika. Zum damaligen Zeitpunkt war das ein RGB-Saber, was mich knapp 400 Euro gekostet hat. Das war ein absoluter Riesenklumpen, damit hättest du Leute auf den Kopf hauen können, die dann, ne, war ein richtig dickes Ding. Ich habe mich damals mega gefreut. Und RGB-Technik ist natürlich heute lang nicht mehr der neueste Schrei. War es auch damals nicht. Damals gab es die ersten Neopixel-Schwerter auf dem Markt. Und Ultra Sabers an sich ja ist eine Firma, die googelt einfach nach Ultra Sabers-Erfahrungen. Also habe ich mich dann ein bisschen umgeschaut. Und zwei Jahre später, nachdem ich deutlich mehr Lichtschwerter und mehr Informationen hatte, ging dann das Projekt Saber Buddy an den Start. Und seitdem, ja, verkaufe ich zum Beispiel auch diese Schwerter hier. Ja, heutiges Modell, ganz kurz dazu. Es ist das Modell namens Remnant in der RGB-Version. Es hat hier oben so einige Einschnitte, wo die Klinge da nochmal reinkommt. Wird über einen Knopf gesteuert, hat RGB-Leuchten. Das heißt, es gibt keine Neopixel-Pins und die ganze Technik steckt wirklich in dem Schwert drin, anstatt auch mitunter in der Klinge. Und ist relativ simpel und einfach gearbeitet. Heißt, mit dem Ding lässt sich halt mega gut schwingen. Das auch nochmal als genereller Tipp. Umso einfacher so ein Schwert aufgebaut ist, umso besser lässt es sich schwingen. Aber was hat denn sich jetzt eigentlich geändert so zwischen den Jahren 2020 und 2024? Zuallererst einmal ist Neopixel zum absoluten Standard geworden. Soll heißen, ihr werdet eigentlich in jedem Lichtschwerb-Shop, ob im Saber Buddy-Shop, der natürlich der absolut beste Shop von allen ist, shoppt jetzt wie dieses Modell hier zum Beispiel beweist. Neopixel sind überall verfügbar und egal wo ihr halt einkauft, mittlerweile auch super zuverlässig. Das heißt, ihr habt die Klinge voller Technik. Das sind verschiedene Neopixel-Stripes, die sich durch den Griff steuern lassen und damit natürlich eine deutlich intensivere und gleichmäßigere Beleuchtung als zum Beispiel jetzt dieses günstige Modell, was nur von unten beleuchtet, dafür aber deutlich kampfstärker ist als jedes Neopixel-Modell. Ja, ich weiß, viele Hersteller sagen, das ist mittlerweile alles super kampffähig und so. Am Ende des Tages haust du, wenn du mit einem Neopixel-Schwert haust, Klinge auf Klinge und Technik auf Technik und die geht irgendwann kaputt. Egal, ob das nach einer Woche ist oder einem Monat ist, wenn du fest genug haust, da macht es halt knack irgendwann und irgendwelche LEDs sind kaputt. Zudem hat sich so als Standard durchgesetzt, dass Smooth Swing eigentlich mittlerweile in allen Schwertern vorhanden ist. Smooth Swing bedeutet im Endeffekt, das können wir hier mal ganz kurz vormachen, dass die Bewegungen deutlich einfacher erkannt werden und dass es auch leichter von schwereren Bewegungen in verschiedenen Richtungen unterscheiden kann. Das heißt, habe ich eine schnellere Bewegung, wird der Sound meistens auch deutlich lauter und habe ich eine langsamere Bewegung, dann ist er auch deutlich kürzer. Bei den damaligen Modellen war es eher so, dass es immer die gleiche Sound-Abfolge war und man musste schon ein bisschen schwerer schwingen, um dann diesen Sound irgendwie hinzukommen. Und diese Differenzierung, die ist halt durch angepasste und bessere Sensoren mittlerweile so, dass er dieses Smooth Swing, also diesen wirklich smoothen Übergang zwischen schweren Kämpfen und leichten Hin- und Herschwingen auch soundtechnisch eigentlich immer leichter hört. Ansonsten hat sich mittlerweile seit einem Jahr durchgesetzt, dass ihr auf jeden Fall in den teureren Neopixel-Varianten bei den zwei großen Herstellern, also es gibt zwei größere Hersteller, die in Asien produzieren. Das sind einmal LGT und einmal TXQ, die beide tatsächlich mittlerweile wirklich gute Qualität bieten und tatsächlich auch mit meinen Modellen an mich liefern. Ich baue die natürlich nicht selber zusammen. Große Überraschung! Ich baue die nicht alle selber. Die meisten Saber-Shops, die ihr da draußen seht, die ihr immer wieder natürlich auch angepriesen bekommt aus, unsere Saber machen XY, die sind alle von den gleichen Lieferanten. Da gibt es dann natürlich große Unterschiede nochmal, wer bestellt welche Qualität bei diesen Lieferanten, weil selbst im RGB und im Neopixel-Segment gibt es verschiedene Elektronik-Boards und verschiedene Sensoren, verschiedene Soundboxen und sowas. Da müsst ihr dann schon aufpassen, dass ihr da nicht auf die billigste der billigsten Waren irgendwo reinfällt. Da sage ich einfach, googelt nach Erfahrungen. Es gibt einige Lichtschwertfabriken, die insbesondere in den USA und in Kanada sind, die tatsächlich selber herstellen. Diese sind meistens aber nochmal deutlich teurer. Und mit deutlich teurer meine ich halt, dass ihr für so ein Schwert, was ihr wahrscheinlich im... Ich habe es gerade nicht im Kopf, wahrscheinlich knapp über 100 Euro kosten wird, dann eigene Griffe habt, die ihr nur bei diesem Shop bekommt und die auch wirklich handgedreht sind nochmal von den Leuten, halt in den USA oder Kanada oder sonst wo, wo halt die selber herstellen. Die sind dann deutlich rarer, aber kosten dann auch locker doppelt so viel. Das heißt ja nicht unbedingt, dass die besser sind als die Modelle aus Asien, sondern nur, dass sie in kleineren Stückzahlen und wahrscheinlich eher händisch produziert werden. Was das eigene Budget dann hergibt, das muss am Ende des Tages jeder für sich selber entscheiden. Ansonsten ist es mittlerweile zum absoluten Standard geworden, dass Verpackungen auch individualisiert werden. Ich weiß, das ist jetzt ein super, super kleiner Punkt, aber ich finde es sehr, sehr schön, wenn ihr zum Beispiel eine eigene Box hier mitgeliefert bekommt oder aber bei den guten Modellen sogar einen Metallkoffer mitbekommt. Ob jetzt der ist oder der schwarze Bezahlenschloss, sei jetzt mal dahingestellt. Bei dem Schwert ist übrigens eine sehr coole Sache. Da haben wir Kunstleder mit dabei gelegt, die ihr einfach hier drüber packen könnt. Weißt du, hier habt ihr so kleine Klebestreifen. Tutorial. Ben, wie mache ich mein Lichtschwert schöner? Dann packe ich das einmal hier drüber. Ich liebe so Lederverkleidung für so Schwerter. Es sieht einfach viel besser aus, man. Könnte ruhig ein bisschen strammer sein. Vielleicht brauche ich auch zwei Versuche. Aber dann würde ich das rauscutten und sagen, das hier ist der erste Versuch, wenn der hier jetzt klappt. Wie ein junger Gott ist der hier. Er sieht einfach direkt viel geiler aus. Look at this beauty. Unten könnte ich es vielleicht noch ein bisschen schöner machen, aber ihr seht die Grundidee dahinter. Okay, cool. Haben wir das auf jeden Fall mal gemacht und das Lichtschwert hier zusammengebaut. Eine sehr coole Sache, die es übrigens seit letztem Jahr gibt. App-Steuerung. Ihr habt eure Bedienungsanleitung immer dabei. Und jedes Neopixel-Lichtschwert, manche RGB-Lichtschwerter auch, sind mittlerweile mit sogenannten Apps. Ihr kennt Apps von eurem Handy steuerbar. Das heißt, mit dem Xenokonfigurator für die Xenopixel-Lichtschwerter oder mit Force Pack für die TXQ-Modelle könnt ihr euer Lichtschwert auf die Entfernung an- und ausmachen, die verschiedenen Modi durchschalten und, 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 und. Das ist eine Komfort-Sache, um die verschiedenen Sound-Fonds und Lautstärken und die verschiedenen Lichter besser zu steuern und geht sogar so weit, dass du es nutzen kannst bei Events. Ich habe bei der Prime League, die League of Legends, Leute werden das sicherlich kennen, jetzt einem Kumpel von mir, der der Producer ist, ein Lichtschwert ausgeliehen, der einen der Influencer, den lieben Bröki, Grüße gehen an dieser Stelle raus, von oben quasi hat runterfahren lassen in so einer richtigen Halle. Eigentlich wollten die Pyrotechnik benutzen. Wer hätte das gedacht? Die Hallenbesitzer haben gesagt, ja, Leute, ihr könnt in der Veranstaltung keine Pyrotechnik in der Halle zünden. Und dann kam er halt vorbei und hat gesagt, Ben, eines seiner Lichtschwerter, zack, Flammen angemacht. Das sieht man auf der Kamera natürlich jetzt nicht ganz so gut, aber es hat halt in der Halle mega gut funktioniert. Und anstatt halt eine Fackel zu haben, hat er dann halt ein Lichtschwert genommen. Das gilt natürlich auch für Lichtschwertshows, wo er mit Neopixel-Lichtschwertern und natürlich auch eine App-Steuerung, wenn einer irgendwo auch von außen steht, mega geilen Shit machen kann. Und Leute, wenn ihr halt keine App dabei habt, dann hat sich auch etwas vor so ungefähr zwei Jahren eigentlich als Standard für die hochpreisigeren Schwerter durchgesetzt, was heute auch zum Beispiel dieses RGB-Schwerter kann, nämlich Motion Control. Das heißt, durch diesen Bewegungssensor, der ja euren Smooth Swing schon besser irgendwo erkennen kann, könnt ihr jetzt auch durch eine einfache Twist-Handbewegung die Klinge entzünden. Cool, oder? An der Lichtintensität an sich hat sich nicht viel geändert, auch die Akkus sind gleich geblieben. Das Lichtschwert sieht jetzt etwas, ja, weniger hell aus. Das liegt aber auch an der Studiobeleuchtung, weil anders als ihr das hier gerade seht, ist es hier scheiße hell und es ist warm und ich schwitze ein bisschen und ah! Wir haben uns hier für den Jedi-Tempel so einen Lüfter gekauft, der mich die ganze Zeit hier anpustet, aber das seht ihr Gott sei Dank nicht. Es gibt aber durchaus einige Leute, die versuchen so etwas weiterzuentwickeln und so sind auch einige Varianten auf den Markt gekommen. Nicht nur, dass die angelehnten Replika deutlich mehr geworden sind, sondern auch einige Varianten, die so ein bisschen abgespaced sind. Die Lichtschwertpeitsche, die habe ich schon mal ausprobiert, die Dark Sabers wurden nachgebaut, es gibt Überzüge für die Klingen, dass das Ganze so aussieht wie Samurai-Schwerter, die man aus der Scheide ziehen kann. Es geht aber deutlich weiter. RGB-Klingen gibt es in verschiedenen Wandstärken, also teilweise so hart, dass du die nie mehr wieder kaputt bekommst. Mit den Saber Buddy-Klingen haben wir ja schon so viel ausprobiert, dass wir da mit dem Auto drüber gefahren sind, auf Betonwände geschlagen, Metall und was weiß ich alles. Es gibt aber auch Leute, die mittlerweile den Neo-Pixel-Klingen versuchen, irgendwie an den Kampf anzupassen, was mäßig bis gut mittlerweile funktioniert. Auch den Neo-Pixel-Klingen von Saber Buddy haben wir mittlerweile schon ausprobiert und das war wirklich krass, was die Dinger mittlerweile aushalten. Es gibt auch einzelne Personen, die mehr LEDs in eine Neo-Pixel-Klinge einbauen. Das sind meistens Privatpersonen, die dadurch aber unglaublich helle Leuchtkapazitäten irgendwo hinbekommen. Da hält der Akku dann zwar keine wirkliche Stunde mehr im Dauerbetrieb, aber das Ding ist halt so unglaublich hell. Ihr seht also, es geht mit den Lichtschwertern und natürlich auch für Saber Buddy durchaus weiter. Ein Schwert, was ihr vor zwei Jahren geholt habt, ist immer noch wettbewerbsfähig, aber durch die App-Steuerung teilweise Möglichkeiten, die Klinge anders zu konfigurieren und natürlich aktualisierte Elektronik auf den Schwerter, auf den Board selber, ist es so, dass es vielleicht ein bisschen angenehmer ist oder die ein oder andere Funktion oder das Smooth-Swing oder vielleicht auch verbesserte Boxen einfach ein bisschen schöner klingen, besser funktionieren, smoother und komfortabler sind. Die Zeit von vor zehn Jahren, wo man einfach eine bunte Taschenlampe durch eine durchsichtige Röhre gejagt hat mit Spiegelfolie, die sind schon lange vorbei. Heute sind Lichtschwerter, Sammlerstücke, Kunststücke und für mich persönlich auch so ein bisschen Leidenschaft. Und wenn ihr selber Bock habt darauf und entschuldigt bitte die Eigenwerbung, dann könnt ihr natürlich hier auf Saber Buddy mal gucken. Da findet ihr einige Modelle, wie auch das, was zum Beispiel eher dem niedrigeren Preissegment zugeordnet wäre. Im Link zu diesem Lichtschwert findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung und mit jedem Kauf auf Saber Buddy unterstützt ihr natürlich auch hier den Kanal. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem neuen Video. Abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt, das hilft mir auch. Und in diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein. Euer Buddy.